Der Dragon King Slot Hi, hier ist Frankie von den Casino News. Chinesische Mythen erwachen im Dragon King Slot vom Bedsoft Gaming zum Leben. Es ist eine moderne Interpretation einer traditionellen chinesischen Geschichte in einem 3x5-Slot. Hier sind die Symbole die wahren Stats. Neben asiatischen Symbolen wie Glücksmünzen und Jade-Figuren gibt es im Dragon King Slot die Wächter der alten chinesischen Meere als vier herausragende, schuppige Drachensymbole. Alle Drachen sind auch Waldsymbole mit ihren eigenen Kräften. Der azurblaue Drache, der auf Rolle 1 beschränkt ist, sperrt alle anderen Drachen und bringt eine Freispielrunde. Auf Rolle 2 klont sich der weiße Drache einmal auf der Rolle nach links oder nach rechts, wodurch eine Kette von Weiz entsteht. Der rote Drache erscheint nur auf Rolle 4 und vergibt einen zufälligen Gewinn. Auf Rolle 5 multipliziert der schwarze Drache jede Gewinnlinie, die ihn einschließt mit dem Faktor 3. Die Mittelrolle ist den auffälligen und noch mächtigeren Drachenkönig vorbehalten, der mit seinem eigenen 2-fachen Multiplikator auf die Eigenschaften der einzelnen Drachen aufbaut. Der Drachenkönig hält auch den Schlüssel zu vier gestaffelten Jackpots von Bronze bis zu Diamant. Eine spezielle sechste Rolle enthält eine magische flammende Perle, die die Anzahl der Freispiele verdoppelt, die von den Scatter-Symbolen vergeben werden. Dieses Symbol ist wichtig, um Jackpots in Kombination mit dem Drachenkönig und einem oder mehreren der Drachen freizuschalten. Stelle alle 5 Drachen und die magische Perle auf und erhalte so einen wahrhaft königlichen Gewinn. Hat dir dieses Video gefallen? Dann like es, gib ihm einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, damit du als erstes informiert wirst, wenn es was Neues oder Interessantes in der spannenden Welt des Online-Gamblings gibt. Besten Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Video.